Super schicke Zwei-Zimmer-Wohnung oder kleine Suite, schönes E-Bereich, nur mit Parkkette ausgestattet. Wir haben hier gleich die Garderobe mit großem Spiegel, Sitzmöglichkeiten, Platz für die Schuhe. Dann kommen wir hier in den Wohn- und Essbereich, schöne Couch-Ganditur mit Tisch, schöner Esstisch aus Holz mit vier angenehmen, ruhigen Stühlen, bequemen vor allen Dingen. Zugang zum Balkon, kleiner Balkon zum Gartenbereich und Poolbereich, Außenpool, sonst fängt es gerade an mit Regnen wieder. Heute nicht so viel Glück mit dem Wetter, wir sehen wie es morgen ausschaut. Blick ins Wohnzimmer, Essbereich, offene Küche. Einfach mal ein Wohnraum, einfach nur schön. Offene Küche und Essbereich, schöne Einbauküche. Einbauküche, hierher mit Zeranfell, Toaster, Kaffeemaschine, Teeaufkauchraum, Mikrowelle, Abzugshaube. Einfach ein toller Einbauküche. Blick aus dem Küchenbereich, ins Wohnbereich und Essbereich vor mir direkt. Da sieht man den großen Fernseher, die Musikanlage, das Board unten drunter. Schaut einfach toll aus. Dann links der Eingang, wo wir gleich hingehen, zum Schlafbereich oder Schlafzimmer. Das große Doppelbett mit Boxspringbetten, für Nachttischen, tolle Lampenboden drüber. Dann haben wir hier großen Kleiderschranken mit Butter daneben stehen. Kleinen Fernseher da oben in der Ecke. Blick zur Ostsee. Blick ins Wohn- und Essbereich, rechts Küchenbereich, aus dem Schlafzimmer heraus, links natürlich der kleine Balkon noch. Die Wohnung sieht einfach so aus wie die Junior Suite. Jetzt fehlt aber etwas ganz Wichtiges noch. Das ebenerdische Muschbad. Mit Vorhänge WC. Schön waschtig und großen. Da oben drüber ganz großer Spiegel. Und wenn Sie auch zu Junius mitkommen, können Sie nach draußen gehen, können Sie im Frühstücksraum schon mal gucken, ob jemand von der Familie Frühstücken ist. Und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Guten Abend. Tschüüüüö. Vielen Dank.